Dort stand ich. Ich auch. Ja, Gotthard. Das ist der Gotthardpass. Dort hinten. Ich schaue es gerade rüber zum Gotthardpass. Ja, und dort geht die Kulistrasse. Aber siehst du? Ja. Aber der Gotthard ist, ich glaube, 2005 Meter oder 2010. Mehr ist er nicht. Also zumindest mit dem Auto, wenn du oben stehst. Wir waren jetzt bei 250, 500. Zweieinhalb ist die Hütte. Mir gefällt jetzt der Trail, der kommt. Ich finde das viel schöner zu fahren. Pass auf die Platten, auch wenn die kommen. Die hauen richtig rein. Ich weiß gar nicht. Ah, das ist ein Lücken-Biketail. Ja, ja. Guck mal, schau. Es ist nicht Spitzheld. Es ist ein Flautteil, aber es ist ein Flautteil. Es ist ein Flautteil. Es ist ein Flautteil. Es ist ein Flautteil. Was ist das? 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 0,0 Meter weiter Richtung Hosener Hönsieh. 300 Meter weiter Richtung Ursula Hönsieh. 300 Meter rechts abbiegen auf dem Weg. Hosener Hönsieh. Was? Ist das Licht? Roland. Ist drin. Was ist das? 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 Was ist das?